Große Trauer für Andy Borg. Vor sieben Minuten. Seine Frau bestätigte die traurige Nachricht. Diese Worte ließen die Fangemeinde des beliebten Moderators und Schlagersängers in tiefer Sorge zurück. Andy Borg, der über Jahrzehnte hinweg die Menschen mit seiner Musik und seiner charmanten Art begeistert hat, steht nun offenbar vor einem dunklen Kapitel in seinem Leben. Doch was genau hinter dieser erschütternden Nachricht steckt, bleibt vorerst im Unklaren. Eines ist jedoch sicher. Etwas Ernstes muss passiert sein, das seine Frau nun mit tränenerstickter Stimme bestätigte. Andy Borg, der immer als der gutmütige, lebensfrohe Entertainer galt, war für viele Menschen nicht nur eine musikalische Begleitung, sondern auch eine Quelle der Freude und des Trostes. Seine Sendung Musikantenstadel und später Schlagerspaß mit Andy Borg füllten über Jahre hinweg die Wohnzimmer von Millionen Fans. Seine bodenständige und herzliche Art machte ihn zu einem der beliebtesten Stars der Volksmusikszene. Doch hinter dem strahlenden Lächeln und der immer fröhlichen Fassade verbarg sich möglicherweise mehr, als die Öffentlichkeit wusste. In den letzten Monaten gab es immer wieder Spekulationen um Andy Borgs Gesundheitszustand. Fans bemerkten, dass er sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückzog. Interviews wurden abgesagt und auch bei seinen John-TV-Auftritten wirkte er oft müde und erschöpft. Doch bisher gab es keine offiziellen Bestätigungen, was genau vor sich ging. Seine Familie hielt sich bedeckt und Andy Borg selbst äußerte sich nie zu den Gerüchten, dass er möglicherweise mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. Bis heute, als seine Frau schließlich das Schweigen brach und die traurige Nachricht bestätigte. Es ist schwer, das zu akzeptieren, sagte seine Frau unter Tränen in einem exklusiven Interview. Andy hat immer versucht, stark zu bleiben, für uns, für seine Fans. Aber jetzt müssen wir uns der Realität stellen. Diese Worte ließen keinen Zweifel daran, dass sich etwas Ernstes ereignet hat, das nicht mehr länger verheimlicht werden kann. Doch was genau hat das Leben des beliebten Schlagersängers so dramatisch verändert? Andy Borg, der bereits in der Vergangenheit offen über seine gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen hatte, kämpfte schon seit Jahren mit Problemen, die er vor der Öffentlichkeit weitgehend verborgen hielt. Seine Karriere, die so viel Freude und Erfolg brachte, war nicht immer einfach. Der Druck, ständig präsent zu sein, immer neue Musik zu liefern und als Entertainer auf der Bühne zu stehen, hinterließ Spuren, sowohl körperlich als auch seelisch. Er liebt seine Fans und die Musik, sagte seine Frau. Aber manchmal wird der Druck einfach zu groß. Doch die traurige Nachricht, die heute bestätigt wurde, betrifft nicht nur den Stress des Musikgeschäfts. In den letzten Monaten wurde bei Andy Borg eine ernsthafte Erkrankung diagnostiziert, die ihn dazu zwang, seine berufliche Tätigkeit stark einzuschränken. Es war ein Schock für uns alle, sagte seine Frau. Wir haben gehofft, dass er sich erholen kann, aber die Situation hat sich verschlechtert. Diese Worte ließen die Fans erkennen, dass ihr Idol möglicherweise eine lange und schwierige Zeit vor sich hat. In der Vergangenheit zeigte Andy Borg immer wieder, dass er ein Kämpfer ist. Nach gesundheitlichen Rückschlägen gelang es ihm stets, sich zu erholen und mit neuer Kraft auf die Bühne zurückzukehren. Doch dieses Mal scheint die Herausforderung größer zu sein als je zuvor. Er ist müde, sagte seine Frau leise. Er hat so viel gegeben und jetzt braucht er Zeit für sich. Diese Aussage machte deutlich, dass Andy Borg sich vorerst aus dem Rampenlicht zurückziehen wird, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Die Fans, die ihn über all die Jahre begleitet haben, reagieren tief betroffen. In den sozialen Medien zeigen sie ihre Anteilnahme und senden Genesungswünsche an Andy und seine Familie. Andy Borg hat uns so viel Freude geschenkt, schrieb ein Fan. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm unsere Unterstützung und Liebe zurückgeben. Doch bei all den aufmunternden Nachrichten bleibt eine tiefe Sorge. Viele fragen sich, ob er jemals wieder auf die Bühne zurückkehren wird. Doch inmitten der Trauer gibt es auch Hoffnung. Am Ende des Interviews machte seine Frau deutlich, dass Andy Borg zwar eine schwere Zeit vor sich hat, aber nicht bereit ist aufzugeben. Er ist ein Kämpfer, sagte sie. Und er hat noch so viel, wofür er leben möchte. Diese Worte gaben den Fans Hoffnung, dass dies nicht das endgültige Ende seiner Karriere ist, sondern nur eine Pause, eine Zeit der Erholung, die er dringend braucht. Die traurige Nachricht, die heute bestätigt wurde, ist also nicht das Ende von Andy Borgs Leben und Karriere, sondern ein Wendepunkt. Es ist der Moment, in dem er sich selbst die Zeit und den Raum nimmt, die er braucht, um wieder gesund zu werden. Seine Frau und seine Familie stehen fest an seiner Seite und auch seine Fans geben ihm die Kraft, diesen schweren Weg zu gehen. Für Andy Borg mag dies die schwierigste Herausforderung seines Lebens sein. Doch seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es ist ein neues Kapitel, eines, das von Hoffnung, Stärke und der Unterstützung seiner Fans geprägt ist. Wenn der Tag kommt, an dem er wieder auf die Bühne zurückkehrt, wird es ein Triumph sein, nicht nur über die Krankheit, sondern auch über die Dunkelheit, die ihn in dieser schweren Zeit umgibt. in der Zeit umgibt, und die